Von der Uni in den Operationssaal. Neun junge Menschen stellen sich eine der größten Herausforderungen, einem Leben als Arzt. Drei Monate gewähren die Junior-Docs Einblick in einen der verantwortungsvollsten Berufe, realistisch und respektvoll. Man hat noch einen kleinen Resttumor entdeckt im Ultraschall, den man jetzt natürlich auch mal versucht zu entfernen, so lange der Kopf noch auf ist. Dann kann man das natürlich noch gut machen. Wochenende in Hamburg. In wenigen Minuten beginnt der Frühdienst in der Klinik St. Georg. Auch für Junior-Doc Friederike Schlingloff. Heute ist die 29-Jährige auf der herzchirurgischen Station eingeteilt. Die Verantwortung könnte größer kaum sein. Also ich bin jetzt die einzige Herzchirurgin hier im Haus. Also das heißt, ich bin für alle Patienten, die da sind, allein verantwortlich. Das sind mehrere Stationen. Und wenn jetzt irgendwas passiert, bin ich auch erstmal die Einzige, die da ist. Das ist schon nochmal anders. 36 Betten muss Rieke heute versorgen. Zeit für Pausen wird es da vermutlich nicht geben. So, jetzt störe ich Sie doch noch beim Frühstück. Es ist vielleicht etwas weniger hektisch hier teilweise als im OP. Das ist aber auch ganz unterschiedlich. Hier kann man auch Notfälle haben. Also für mich ist das hier mehr Stress als im OP, weil ich das einfach nicht so gerne mag. Rieke kennt nicht jede Krankengeschichte ihrer Patienten genau. Das setzt gerade junge Ärzte unter Druck. Als Anfänger geht man bestimmt nervöser in die Tage. Also so ganz allein vor Ort zu sein, da hat man am Anfang schon Respekt. Also man hat, ich habe einen Oberarzt, den ich anrufen kann. Ich habe einen erfahrenen Rufdienst, den ich reinrufen kann. Aber bis die da sind, das dauert eine halbe, dreiviertel Stunde und so lange bin ich erstmal alleine da. Eine Schwester meldet Rieke, dass ein Patient einen alarmierend niedrigen Hämoglobinwert hat, also zu wenig rote Blutkörperchen. Das bedeutet Blutverlust. Ramona? Wo ist denn? Ramona? Herr K*** hat ein HB von 5. Kannst du mal ganz schnell drei EKs bestellen bitte? Also wir brauchen auch neues Kreuzblut. Kreuzblut ist ein junger Patient, der an der Trikospidalklappe operiert worden ist und dann hat er nach der OP offensichtlich Ergüsse, also Flüssigkeit unter der Lunge sozusagen. Und das ist abpunktiert worden vor zwei Tagen. Und das kann schon mal sein, dass man da Blutgefäße verletzt, wenn man da mit einer Nadel reingeht. Und dann kann es natürlich sein, dass man da eine Arterie ansticht und das kann heftig bluten. Also das kann schon lebensbedrohlich sein. Eine Bluttransfusion hat Rieke bereits veranlasst. Wie viel Blut der Patient verloren hat und wie kritisch sein Zustand ist, wird gleich ein Test zeigen. Zur gleichen Zeit beginnt auch Junior-Doc Matthias Krause seinen Dienst. Der angehende Unfallchirurg absolviert den ersten Teil seiner Ausbildung in der Notaufnahme. Der 31-Jährige ist ganz neu hier. Tag zwei der Mission sieht so aus, dass das Gefühl natürlich ein bisschen besser ist. Also mittlerweile weiß ich zumindest, wo der Computer angeht. Ja, fühle mich dann auch nicht mehr ganz so hilflos und denke, dass ich vielleicht auch nicht mehr so eine große Belastung bin. Unterstützung bekommt Matthias von einem Kollegen, Junior-Doc Max Heitmann. Im dritten Jahr ist er seinem Kollegen an Erfahrung schon ein Stück voraus. Guten Morgen. Was bei der Suche nach Milch und Zucker nicht unbedingt weiterhilft. Dazu sage ich diesmal nichts. Hast du sogar extra für mich gebunkert, ne? Das ist doch ein Service. Matthias hat da mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Yes. Drei Zentimeter hört sich eher nach Nähen an. Wenn es jetzt nicht super oberflächlich ist, dass es kaum klafft, dann kann man gerade so im Gesicht die Sachen auch mal kleben. Aber gucken wir einmal zusammen drauf. Ja, tut mir leid. Ja, das musst du dir. Du musstest auch dich nicht entschuldigen. Also dafür bin ich da. Max ist für die ersten Tage fundamental, ist immer ein Ansprechpartner. Wir haben uns ja, bevor ich angefangen habe, auch schon mal auf ein Bier getroffen, ob man sich sympathisch ist. Und deswegen hat das auch schon im Vorhinein total viel Sicherheit gegeben, Angst genommen. Und er ist ja total nett, sehr kompetent. Konnte ich ihm mehr fragen. Perfekt. Okay, das ist aber tatsächlich das. Ne, das will ich. Das ist wirklich so ein Grenzfall. Da hast du recht. Da könnte man, wenn das blutdrocken ist, könnte man das tatsächlich. Die Verletzung ist nur oberflächlich und kann geklebt werden. And we make this on it. And that should be fine. In case you feel dizzy, weird, anything like that, you can come back anytime. Okay. Alright? Alright. Ich glaube schon, dass er mich verstanden hat. Ich habe mit ihm ja vorhin auch das Erstgespräch geführt. Ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut geregelt, dass, wenn es ihm schlecht geht, er wiederkommen kann. Okay. Beautiful. It's like new. Thank you. Alright. Deutschland, doctor, it's very good. It's good? Very nice. Okay. So, hast du schon rausfinden können, ob er einen Tetanus-Impfschutz hat? You understand Tetanus? I don't. You don't? Wundstarkram? Übersetzer im eigentlichen Sinne haben wir nicht, aber man kennt ja dann, weiß das irgendwie von den Transportern oder aus der Pflege oder von den Studenten und PJlern. Und dann gibt es ja immer wieder Leute, die in irgendeine Sprache übersetzen können und dann weiß man eigentlich schon relativ schnell, wen man zurate ziehen kann. Wer kann Russisch hier? Ja. Tatsache? Dann sag mir mal, was es heißt, haben Sie eine Tetanus-Impfung? Ja. Du musst doch sagen, du hattest doch Russisch in der Schule. Du sprichst ja nicht. Nee, sprichst ja nicht. So weit waren wir auch schon. Zurück auf der herzchirurgischen Station. Ein junger Patient hat viel Blut verloren, der eine seiner Arterien verletzt ist. Vermutlich hat er nach einer Herzoperation nachgeblutet. Für Rieke ist es der erste Fall dieser Art. Deshalb fragt sie ihren Rufdienst um Rat. Ja. Also ich werde ihn jetzt immer röntgen lassen. Das war ziemlich blutig, was da im Flora-Cut war. Das ist allerdings, ist da nichts mehr gelaufen seit zwei Tagen. Ja, also ich rufe sie sonst nochmal an, wenn ich das röntgenbild habe. Okay. Ramona, ist das Blut hier irgendwo? Der Patient könnte theoretisch jetzt weiterbluten. Das könnte schon gefährlich sein. Und der Wert ist von heute Morgen. Wenn er jetzt weitergeblutet hätte, also ich könnte schon ernst sein. So, ich nehme jetzt nochmal Blut ab. Sie haben schon mitgekriegt, sie werden wieder verlegt auf die Überwachungsstation unten. Weil ihr Blut, ähm, ihre roten Blutkörperchen extrem niedrig sind im Moment. Da müssen wir mal nachgucken. Das kann eventuell sein, dass das da in die Brust geblutet hat. Wir müssen jetzt irgendwie unterscheiden, ob er jetzt akut gerade blutet oder ob er einfach in den letzten zwei Tagen, nachdem es punktiert worden ist, geblutet hat. Wenn er jetzt akut noch blutet, ist das dann ein Notfall. Dann müssen wir eventuell sogar ein OP. Man ist angespannt, man will unbedingt das Richtige machen. Man will jetzt die richtigen Tests machen und die richtigen Untersuchungen, um möglichst schnell rauszukriegen, was der Patient hat. Die roten Buckel, glaube ich, sind noch ein bisschen niedriger als oben. Wir warten jetzt auf das Röntgenbild. Das ist jetzt für uns das entscheidende Moment. Wenn das Röntgenbild okay ist, wenn er da keine großen Blutungen hat, dann kann das so bleiben. Wenn jetzt der ganze Thorax voller Blut ist, dann müssen wir uns was überlegen. So richtig schön ist das nicht. Das ist ziemlich weiß, das Röntgenbild auf der einen Seite. Also da ist ziemlich viel Flüssigkeit. Das sieht jetzt nicht so toll aus. Das Röntgenbild bestätigt Riekes Verdacht. Der Patient hat im rechten Brustkorb erhebliche Mengen Blut. Das muss sofort abgeleitet werden. Der Mann würde ansonsten ersticken. Du hast Rufdienst, gell? Also ich brauche eine Pleura-Drainage. Jetzt habe ich gerade meinen Rufdienst angerufen. Das ist ein erfahrenerer Kollege als ich. Der kommt jetzt und legt die Pleura-Drainage bei dem Patienten. Also der junge K*** von der S3 hat einen Pleura-Cut gekriegt am Freitag und hat jetzt ein Hb-Apfel von 8 auf 5 und eine weiße Lunge. Dann, ja, dann fange ich schon mal an aufzubauen. Okay, bis gleich. Also, Jacke ausziehen. Irgendwie muss es gehen. Im Moment versuche ich einfach, den Patienten stabil zu halten, bis wir ihm helfen können. Er kriegt ja jetzt eine Pleura-Drainage, wo wir das ganze Blut ablassen können, was sich da angesammelt hat. Und so lange muss ich ihn stabil halten. Das heißt, er blutet im Moment, er verliert Blut. Und ich muss den Kreislauf jetzt stabil halten, gucken, dass wir das Blut ersetzen können und ihm auch so ein bisschen die Angst nehmen. Er hat natürlich auch Angst, was jetzt los ist gerade. 15 Minuten später ist der Arzt im Rufdienst da und die Operation beginnt. Mit einem Schlauch soll nun das Blut aus der rechten Brusthälfte abgesorgt werden. Mit dieser relativ simplen Maßnahme wird das Leben des Patienten gerettet. Wenn wir den Rufdienst haben, dazu gerufen werden, sind natürlich immer Notfalloperationen. Natürlich geht man natürlich mit so einem Muldigstgefühl daran, man möchte dem Patienten gut helfen. Und in dem Fall war es natürlich ein sehr kurzer Einsatz, sehr glücklicherweise, dass die Drainage sehr gut gelegen hat. Ja, ich glaube, dem Patienten geht es gut. Der hat nicht große Schmerzen gehabt. Wir haben wenig, also wir haben ihm wenig Schmerzen gemacht. Dem geht es jetzt erstmal gut. Das ist ein schönes Gefühl. Auf der Notaufnahme bemüht sich Matthias weiter um die deutsch-russische Verständigung. Ob der Online-Übersetzer zeigt, was auf Russisch Tetanus-Impfung heißt? Russisch. Tetanus. Stolbjag. 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 Mit der richtigen Vokabel und einer russisch sprechenden Kollegin dürfte das Problem gelöst sein. Okay, ich glaube, wir haben es versucht. Was ist Stolbjag? Ah, was ist Stolbjag? Da, was da war nicht? Ich glaube, ich habe es versucht. Und es war jetzt, wahrscheinlich 5 Jahre, aber nicht mehr. So circa 5 Jahre, ja. Circa 5. Okay. Eine Tetanus-Impfung hält 10 Jahre. Der Patient darf also nach Hause gehen. Doch er geht nicht einfach so. So, Max, hast du von deiner Errungenschaft jetzt schon erzählt? Von unserem Erfolg? Ich habe noch nichts erzählt. Nee, das überlasse ich dir. Das war ja dein Patient. Dankbare Patienten. Hier noch versiegelter, zollfreier russischer Wodka. Dann machen wir uns mal einen netten Abend. Ein netter Abend mit einem Wässerchen. Ja. Stellen wir weg, ne? Ja, genau. Stell weg. Leider dürfen Ärzte keine Geschenke annehmen. Für einen netten Abend müssen Max und Matthias wohl ihren eigenen Wodka organisieren. Alles klar? Ja. Im Prinzip ist es ganz schön. Ich glaube, das war ja eine seiner ersten Schnittplatzwunden, die er alleine versorgt hat. Und dann einen zufriedenen Patienten zu haben, gibt dann, glaube ich, ein gutes Gefühl und auch ein Stück Selbstsicherheit. Gut, ich habe meine beiden übergeben oder unsere beiden. Das ist super. Dann landet die zwei größten Sorgen schon mal los. Scheiße. Für Max ist ein guter Tag in der Notaufnahme, wenn es wenig Patienten gibt. Matthias dagegen möchte als Anfänger so viele Erfahrungen wie möglich sammeln. An der Klinik Altona beginnt für den angehenden Anästhesisten Benjamin Reiter ein Tag im Operationssaal. Er soll gleich bei einer komplizierten Gehirn-OP die Narkose legen. Jetzt geht es erstmal an den Vorbereitungsraum. Da klären wir Ihnen nochmal Schritt für Schritt alles, was wir machen. Gepikst worden sind Sie ja schon, ne? Ja. So können wir dann auch bald loslegen mit der Narkose. Dann mal 160 Milligramm Propofol, bitte. Dann schlafen Sie gut, wir passen gut auf Sie auf. Und denken Sie an Ihren schönen Traum, den Sie jetzt träumen wollen. Noch mal tief ein- und ausatmen. Der Patientin wird ein Krebsgeschwür im Gehirn entfernt. Bei schwierigen Operationen sind Ärzte oft angespannt, fachlich wie emotional. Also es berührt einen natürlich schon, wenn die Patienten noch recht jung sind und so einen Tumor haben. Ich habe mich gestern lange mit der Patientin auch unterhalten, habe sie auch aufgeklärt für die Narkose. Also da baut man natürlich schon so einen gewissen Draht auf zu den Patienten. Aber allzu viel Zeit hat man jetzt auch nicht, sich damit zu beschäftigen. Da denkt man dann kurz drüber nach, aber man versucht das dann auch zu verdrängen, um sich dann so den Patienten zu widmen und seiner Arbeit auch zu widmen und da voll auch zu konzentrieren. Und das muss Benjamin über einen sehr langen Zeitraum. Bis zu zwölf Stunden können Operationen dieser Art dauern. Eine Kopfoperation ist schon hochkomplex, aber die Abläufe, die sind klar geregelt. Allerdings muss man doch immer bei den Kopfoperationen sehr auf der Hut sein, weil es kann doch jederzeit mal anfangen zu bluten. Es sind zwar nur kleine Gefäße im Kopf, aber auch die können doch in kurzer Zeit viel Blut verlieren. Benjamin prüft vor Beginn der OP noch einmal die Größe der angeschlossenen Kanülen. Und da haben wir 16 G und auf der anderen Seite eine 18 G. Okay, genau. Auf beiden Händen grau. Auf beiden Händen grau, okay. Und da unten auch eine graue, eine grüne. Super. Das ist also hier schon, da ist man schon sehr angespannt, sag ich mal, wenn man hier reinfährt. Also dann legt sich das irgendwann. Jetzt so langsam ist ja alles organisiert und alles so, wie es sein soll. Aber so das reinfahren und das aufbauen und das Ganze anschließen, das sind schon sehr, ich sag mal, hektische Momente. Bei dieser Patientin liegt der Tumor vergleichsweise günstig. Dennoch besteht ein hohes Risiko, dass es zu Komplikationen kommen könnte. In einem Haus wie Altona, so einem Maximalversorger, da kriegt man natürlich auch sehr viel mit, was alles so passiert und was für Krankheiten es gibt und wie häufig das auch so vorkommt. Und das kriegt man als Normalbürger ja gar nicht so mit. Also wie häufig Leute einfach plötzlich tot umfallen oder wie häufig jemand plötzlich eine Hirnblutung kriegt oder einen Schlaganfall. Da wird man einfach ständig mit konfrontiert und merkt dann auch, dass das gar nicht so selten ist. Und dass es jeden treffen kann und das Leben von heute auf morgen einer Familie komplett verändern kann. An seinem zweiten Tag in der Notaufnahme wird Matthias immer selbstständiger. Bei seiner nächsten Patientin wagt er sich alleine ins Behandlungszimmer. Die junge Dame wurde mit starken Rückenschmerzen eingeliefert. Guten Tag, Krause mein Name. Was ist passiert? Ich bin nicht gefreut. Haben Sie sich vertreten oder sind Sie auf der Treppe ausgerutscht? Ähm, was sag ich mal? Auf der Treppe ausgerutscht? Ja. Haben Sie sonst irgendwelche Beschwerden am Oberkörper, Beinen, Kopf? Als Anfänger in so einer Situation, da war ich total aufgeregt. Ähm, gar nicht so die Angst vor dem Patienten an sich, sondern könnte der was haben, was ich gerade vielleicht nicht im Lehrbuch schon vorher nachgelesen habe. Ich drück mal nur, tut das hier weh? Ja, ja, ja. Da tut es weh? Ja. Da, ja. Und hier auch? Nee, gar nicht. Hier? Das ist alles verloren. Da tut es weh. Prozedere wird jetzt wie gesagt sein Röntgenbild und anschließend, ähm, schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Und dann sprechen wir gleich nochmal miteinander. Das finde ich schön. Ich freue mich, dass wir uns nach dem Kollegen schauen. Wir sind fertig. Das geht mir gut. Glaube ich. Bevor Matthias die Behandlung fortsetzen darf, muss er Rücksprache mit einem Kollegen halten. 85 geborene Patientin, hinten aufs Steiß gefallen, hat dort auch einen reproduzierbaren Druckschmerz. Ist jetzt nicht gerötet, nicht geschwollen oder auch nicht blau, nichts. Der restliche körperliche Untersuchungsbefund ist ganz nicht unauffällig. Hast du einmal rektal untersucht? Nee, hab ich nicht. Das muss man eigentlich machen. Wenn die aufs Steißbein fallen, dann hast du ja das Koskosydeum, was umgeht. Und das ist dann quasi das, was uns brechen kann. Was würde ich denn erwarten, wenn da was kaputt gegangen ist? Na, wenn du jetzt direkt die Spitze des Koskosydeums gebrochen hast, dann tut das weh. Dann tut das richtig weh und dann kannst du das auch quasi mobilisieren. Das ist ja jetzt, wie alt ist die Patientin? 28, junge Patientin. Auch für mich natürlich sehr unangenehm, weil das irgendwie so eine gewisse Schwelle überschreitet. Bei älteren Herren oder Damen habe ich eigentlich überhaupt kein Problem, sie digital direkt zu untersuchen. Aber gerade bei jungen Patienten ist das immer irgendwie so eine gewisse Hemmschwelle. Man muss sich nicht nur eine Schwester auch dazuholen, damit einem im Nachhinein nichts nachgesagt wird. Insofern, ja, große Herausforderungen. Ist leider so. Ja, ja, alles gut. Danke. Magst du mir nochmal deinen Namen sagen? Mina. Mina, pass auf. Spezialauftrag. Komm mal. Ich habe nochmal mit dem Kollegen Lindert gesprochen. Das war der Kollege, der hier gerade dazugekommen ist. Gerade weil sie ja auch auf den Steiß gefallen sind. Gerade bei solchen Verletzungen kann es den Darm verletzen. Und das muss einmal untersucht werden. Das ist eine reine Routineuntersuchung. Am besten legen sie sich auf die Seite, ihre linke Seite mit angezogenen Beinen. Ja, 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 ja. So, ich mache die Hose nur ein bisschen runter. Ich habe hier ein bisschen Vaseline. Ja. Und jetzt einmal drücken. Tut das weh? Nein. Okay. Alles in Ordnung? Ja. Okay. Dann war es das schon. Sie können sich Ihre Hose wieder hochziehen. Vielen Dank. Ja. Die Patientin war so ein bisschen aufgeregt, war tatsächlich so, was soll jetzt mit mir passieren. Aber wir haben ja eigentlich nur einen Test gemacht und geguckt, ob das für die Patientin schmerzhaft ist. Insofern, weil da keine Probleme waren, war das für die Patientin auch eigentlich alles in Ordnung. Dann war die Untersuchung in dem Moment eigentlich auch schon wieder vorbei. Wahrscheinlich war ich ja leichter als die Patientin, das stimmt schon, ja. Und um eine Erfahrung reicher. Für Matthias kann es in die nächste Runde gehen, am Tag Nummer zwei in der Notaufnahme von St. Georg. Zurück in den Operationssaal der Neurochirurgen nach Altona. Benjamin Reiter begleitet als Anästhesist eine komplizierte Gehirn-OP. Die ersten Stunden verliefen ohne Probleme. Der Zustand der Patienten ist stabil. Wenn alles gut geht in der Nacht auf der Überwachungsstation, dann können die Patienten dann verlegt werden auf die Normalstation am nächsten Tag. Wir nennen das immer so ein bisschen untereinander, so unter den jungen Ärzten, Bed and Breakfast. Die Patienten sind eigentlich wach, denen geht es gut. Die brauchen von unserer Seite auch jetzt nicht viel Intensivtherapie. Ich bin jetzt erst in zwei Tagen wieder auf der Intensivstation im Schichtsystem. Und wenn die Patientin dann auch noch da wäre, dann ist irgendwas schiefgegangen. Deswegen hoffe ich, dass sie nicht mehr da ist dann. Jetzt haben wir gleich die vier Stunden voll, deswegen muss ich mir jetzt mit einer Zusatzseite hier anfangen. Wenn alles nach Plan läuft, dauert die Operation jetzt noch etwa fünf Stunden. Doch der operierende Neurochirurg entdeckt etwas Beunruhigendes. Das sieht anders aus. Der hat eine ganz andere Konsistenz gehabt. Dann habe ich den erst dringelassen. Ich habe diesen ganzen Kram raus. Der lag da drüber sozusagen. Ja, genau. Das ist, was hier so weiß ist. Also bei der Patientin hier ist es jetzt so, dass man interoperativ gesehen hat und auch in der Pathologie im Schnellschnitt während der Operation, dass sie keinen Tumor hat im Kopf, sondern eine Metastase. Und man weiß nicht so genau, wo die herkommt. Also man weiß nicht, ob sie irgendwo einen Primärtumor hat, zum Beispiel ein Nierenkarzinom oder Mammakarzinom oder Lungenkrebs zum Beispiel, der eine Metastase abgesetzt hat ins Gehirn. War man eben schon so ein bisschen auf dem Rückzug, hat dann aber nochmal mit dem Ultraschall geschaut, ob noch irgendwo Reste sind. Hat noch einen kleinen Resttumor entdeckt im Ultraschall, den man jetzt natürlich auch mal versucht zu entfernen. Solange der Kopf noch auf ist, kann man das natürlich noch gut machen. Das wird noch einen kleinen Moment dauern. Das ist alles in Ordnung. Valium ist schon hochgegangen. Wunderbar. Und hier wird jetzt zugemacht. Und nochmal ein- und ausatmen. Ganz toll machen sie das. Anästhesisten sind natürlich immer glücklich, wenn so eine Narkose gut gegangen ist, wenn der Patient stabil gewesen ist, wenn sich freut, dass die OP schon vorbei ist. Ich stelle mir das so vor, als wenn irgendwie ein Flugkapitän seine Maschine wieder nach einem langen Langstreckenflug am Zielort ganz sanft aufgesetzt hat und alle Passagiere glücklich sind. Also so geht es mir dann auch so ein bisschen. Natürlich sind wir jetzt so ein bisschen betrübt durch dieses interoperative Ergebnis, dass da also eine Metastase herausgekommen ist. Das heißt, die Patientin hat noch einen langen Weg vor sich oder der Weg fängt jetzt eigentlich richtig an. Das muss ihr noch übermittelt werden. Das ist natürlich alles schwierig. Also okay, Frau Sch***, OP ist schon vorbei. Sie haben alles gut überstanden. Sie sind schon auf der Überwachungsstation. Meine Rauchen gehen? Nee, da würde ich noch einen Moment warten. Benjamin hat die Narkose richtig dosiert. Die Dame wacht ohne Probleme auf. Ein Erfolgsgefühl bleibt aber aus. Im Moment gibt es auch viele Situationen, die mich, die ich, die da an mich rankommen, die mich belasten. Aber man fängt auch dann an, glaube ich, so ein Schutzschild aufzubauen. Und man lernt ja auch, es gehört ja auch zu diesem Prozess zu lernen, damit umzugehen. Ja, so auch die Angehörigen da durchzuführen, auch die Patienten zu begleiten. Und man darf trotzdem nie vergessen, dass wir da keine Maschine irgendwie im Bett liegen haben mit tausend Drähten und Schläuchen, sondern dass das alles Menschen sind. Jeder individuell ein Mensch, ein Lebewesen. Und auch bei schwerstkranken Patienten darf man das nie vergessen. In der Asklepios-Klinik Nord beginnt die Spätschicht von Junior-Doc Margarete Brümel. Die gebürtige Hamburgerin ist angehende Kinderärztin und noch nicht lange mit dabei. Ich bin letzte Woche 30 geworden. Ich arbeite hier jetzt anderthalb Jahre ungefähr. Die meisten sind schon länger da als ich und ich bin eigentlich die Jüngste ungefähr hier. Inzwischen fühlte ich mich nicht mehr so jung. Am Anfang habe ich schon mich jünger gefühlt, weil der Abstand ja einfach größer ist zu gehen. Also die meisten waren schon vier, fünf Jahre hier. Und Anfänger ist ja doch nochmal was anderes. Danke. Das haben wir gar nicht geforst. Ach, das macht doch nichts. Umso besser. Das tut ja auch. Danke. So, wie du bist. Ja. Das macht ja halt. Ja, mal gucken. Aber ich glaube, das kriege ich auch hin. Margarete ist für die Schicht auf der Kinderambulanz eingeteilt. Sie betreut Notfallpatienten zwischen 0 und 18 Jahren. So, wann machst du das? Das kennst du ja bestimmt schon von deinem Kinderarzt, ne? Ist nichts Schlimmes. Ist nur einmal zum Abhören. Komm mal einmal rangerollt. So, wann machst du das? Ganz super. Das kleine Mädchen wurde mit Atemnot eingeliefert, konnte aber gesund entlassen werden. Ebenso wie Margaretes nächste Patientin. Die Ausbildung zur Kinderärztin dauert etwa fünf Jahre. Für die 30-Jährige ist es jetzt schon ihr Traumberuf. Ich empfinde mich erst glücklich, wenn ich halt merke, dass die Kinder so ruhig sind und so zu einem Kontakt aufbauen und einen dann quasi so innenehmen. Und einen, ja, irgendwie anstrahlen und das Gefühl geben halt quasi, dass sie einen mögen. Der nächste Notfall wurde eingeliefert. Ein 16-jähriger Teenager. Also, ich hab seit Freitag hier Bauchschmerzen, in der noch unteren Rechenregion. Und wenn ich mein Bein anhebe oder so, tut's weh. Den ganzen, immer die ganze Zeit, okay. Okay, magst du mal einmal aufstehen? Ja. Und mal so auf einem Bein hüpfen? Welchen denn? Erst das eine, dann das andere. Tut da irgendwo was weh, wenn wir das machen? Das geht gar nicht. Nee, okay. Und auf der anderen Seite? Tut das weh? Nee, okay. Gut, dann kannst du dich einmal mal hinlegen. Schuhe ganz ruhig anbehalten. Wir haben ja Papier hier. Okay, gut. Ich mach mal den Pulli so ein bisschen nach oben. Der Schnitt zwischen Uni und Klinik ist relativ groß. Dann wird's plötzlich irgendwie ernst. Und dann muss man die Verantwortung übernehmen. Und das muss man sich dann immer sagen, dass es halt ganz normal ist, dass man bestimmte Sachen nicht kann und noch nicht können kann. Aber man hält ja den ganzen Vertrieb dadurch auf, weil alles länger dauert. Und deshalb fand ich das irgendwie, ja, das hat ein bisschen gedauert am Anfang. Will man in der Klinik halt was? Ähm, ja, von welchen Patienten denn? Margarete muss in der Ambulanz mehrere Patienten gleichzeitig behandeln. Es ist aber nicht der Stress, der sie in ihrer Freizeit belastet. Die Verantwortung, ja, lastet ziemlich stark auf meinen Schultern. Also ich glaub, das ist mit das Schlimmste. Und davon sehr viel abhängt, was man dann so entscheidet. Nach der Arbeit denke ich meist noch relativ viel daran. Ich kann nicht so gut loslassen, was andere wahrscheinlich besser können. Umso wichtiger ist da der private Ausgleich. Und den findet sie vor allem mit Freund Mario, der als Assistenzarzt in Kiel arbeitet. Also Mario und ich verbringen ziemlich viel Zeit miteinander. Also dadurch, dass wir halt blüderweise den gleichen Job haben, ist es halt manchmal so, dass man sich halt manchmal verpasst, weil der eine dann die Schicht hat und der andere halt die. Und sonst verbringen wir eigentlich ziemlich viel Zeit miteinander. In einer Fernbeziehung bleibt da kaum Platz für anderes. Doch für Mario und Margarete steht ihre Beziehung an erster Stelle. Und einen 10-Jahres-Plan gibt es auch schon. Also heiraten ist mir wichtig. Und mein Lebenstraum ist, dass ich meine eigene kleine Familie hab und irgendwo in der Praxis mich niederlassen, mit einsteigen. Ja, und dann eine gute Kinderärztin sein. Zurück in der Kinderambulanz der Klinik Nord. Marguerite behandelt inzwischen drei Notfälle parallel. Ja, es ist wirklich relativ viel los heute. Also es kommt ja ein Rettungswagen nach dem nächsten. Und blöderweise halt auch viel parallel. Aber irgendwann hoffentlich wird es ein bisschen ruhiger. Marguerite arbeitet alles der Reihe nach ab. Als erstes will sie das Blut des 16-Jährigen auswerten. Gut, also dann hat der Hausarzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen mit dir gesprochen. Also das, was er befürchtet, ist, dass der Blinddarm entzündet ist. Blinddarm ist ja nur so ein mini kleines Stück vom Darm, was entzünden kann. Und wenn es entzündet ist, dann muss das operiert werden. Auf jeden Fall wirst du da bleiben. Also heute jetzt nicht mehr nach Hause. Na, Mann, dann gucken wir mal weiter. Der Patient bleibt vorerst zur Überwachung auf der Station. Weiter geht's zum nächsten. Auch in St. Georg gibt es heute viele Notfälle. Ein Rettungswagen meldet übers Notfalltelefon einen schwer verletzten Motorradfahrer. Der wird gerade mit dem Helikopter Richtung St. Georg transportiert. Das Team teilt sich auf. Ein Teil der Ärzte und Pfleger geht in den Schockraum, um die Behandlung vorzubereiten. Die anderen nehmen den Patienten auf dem Dach in Empfang. So, wir machen Wartestellung. Warten auf das Ungewisse. Die Ärzte kennen noch keine Details. Sie wissen nur, dass der Patient sehr schwer verletzt ist. Der W*** ist 47 Jahre alt. Die Anspannung merke ich natürlich auch total. Wo man also merkt, jetzt geht's gleich los. Auf der einen Seite ist es natürlich, oh Gott, man muss sich jetzt irgendwie auf den Punkt konzentrieren. Was kann man machen? Wo kann man irgendwie mit anpacken? Dann hat er den linken Arm, Unterarm, sichtbare Fehlstellung, Instabilität, Schienenlagerung, DMS intakt. Sobald man ein bisschen persönlich ist, außer alter Geschlecht und vielleicht Vorerkrankungen weiß, ja, das denkt man dann schon noch mal abends drüber nach. Ja, das war schon so. Der Zustand des Patienten ist kritisch. Warum, sollen weitere Untersuchungen zeigen. Wir bringen jetzt und dann fahren wir rüber ins Zitter. Die Computertomographie soll klären, ob es innere Verletzungen gibt. Kopf. Gucken wir gleich, ob da Prellmarkenverletzungen sein wird. Da kannst du den Patienten wachorientiert ansprechen. Gut, dann gucken wir mal, ob man rauskommt. Okay. Der Patient wird weiter untersucht. Für Max und Matthias ist die Arbeit an dieser Stelle zu Ende. Max, und, wie sieht's aus? Jetzt können wir noch irgendwie behilflich sein? Also, ich hab nur gedacht, wenn das jetzt wirklich irgendwie mehr Arbeit gewesen wäre oder so, man hätte helfen können. Deswegen ist es, denke ich mal, fair, noch mal mit reinzugucken. Und erst recht, also, ich sag mal, zweiter Arbeitstag. Und es kommt mit dem Hubschrauber ein polytraumatisierter Motorradfahrer. Und du sagst dann als Neuling, oh, das interessiert mich jetzt alles nicht mehr. Ich geh nach Hause. Ist hier auch schon passiert. Und das ist zum Beispiel dann irgendwie so mal erwähnt worden. Deswegen fand ich es gut, dass du einfach auch gesagt hast, ich geh jetzt einfach da noch rein. Gut. Okay, komm, wir machen das hier. Der Motorradfahrer hat keine inneren Verletzungen. Allerdings etliche Brüche, die nun operiert werden müssen. Für Matthias geht es jetzt in den Feierabend. Seine ersten beiden Tage auf der Notaufnahme hat er gut gemeistert. Auch Junior-Doc Benjamin hat intensive Kliniktage hinter sich. Zusammen mit seiner Frau Sophie nimmt er sich eine Auszeit und fährt übers Wochenende nach Sylt. Ja, also jetzt habe ich den Marathon, nenne ich es mal, geschafft in der Klinik. Es war extrem anstrengend, sehr viel los. Ich wurde sehr gefordert, aber auch viel gelernt wieder in den Tagen. Aber trotzdem, man merkt schon, dass man dann, dass der Akku dann leer ist nach so vielen Tagen am Stück. Jetzt freue ich mich riesig auf ein schönes Wochenende an der Nordsee. Das Wetter ist traumhaft. Also bin total begeistert. Ich muss jetzt ein bisschen Kraft tanken, ein bisschen Sonne tanken, deswegen auch die Sonnenbrille, weil meine Augen auch noch so ein bisschen müde aussehen. Und ja, jetzt freue ich mich riesig. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein kleiner Junge, der zu Hause im Wohnzimmer steht und rausguckt und nicht raus darf. So war gestern auch schon schönes Wetter. Aber das ist halt der Job. Und das weiß man, wenn man Medizin studiert, dass man auf einen wartet. Korka Spaniel Mathilda ist wie immer mit von der Partie. Für Benjamin bedeutet Glück, mit seiner Familie zusammen zu sein. Zwischen den ganzen Schichten bleibt natürlich wenig Zeit. Meine Frau steht ja auch nun voll im Berufsleben. Und dann gibt es auch so Schichten, das kann man manchmal in der Woche gar nicht sehen. Also da sind schon solche Momente, wo man wirklich Ruhe hat, wo kein Telefon klingeln kann, wo einen keiner stören kann, die man genießen kann. Diese Momente sind sehr wertvoll. Und die sollen dann so perfekt und harmonisch wie möglich sein. Da hilft ein Ortswechsel. In Hamburg kommt man doch nicht wirklich dazu. Also auch wenn man Freizeit hat, bleibt man dann doch zu Hause oder sieht Freunde. Und man macht dann ja doch nicht so ganz spezielle Sachen zu Hause. Ich unterstelle dir ja immer, dass du dich freust, wenn du mal sturmfrei hast und keiner da ist. Ist auch nicht so schlimm. Auf den Sack geht oder so. Ganz alleine sind sie allerdings nicht. Als echter Familienmensch hat Benjamin auch seinen Vater eingeladen. Familienzusammenführungen, die sind schon sehr selten geworden leider. Als ich noch Student war, da war das natürlich immer einfacher, mal kurz irgendwo mal hinzufahren. Aber so jetzt mit den Diensten, auch mit den Schichtdiensten, ist das schon sehr schwierig geworden, das mal so zu organisieren. Das Ehepaar ist seit drei Jahren verheiratet. Kennengelernt haben sie sich auch im Urlaub, allerdings nicht am Strand, sondern in den Bergen. An beiden Orten funktioniert das Abschalten wunderbar. Huch! Nein, 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 du bleibst da. Und Abschalten ist für Ärzte wichtig. Allerdings klappt das auch nicht immer so gut. Also ich habe heute auch gemerkt, dass ich zum Beispiel auf der Fahrt hierher noch so, wieder so Gedanken hatte an Patienten oder Dinge, die mich so die letzten Tage in den Schichten beschäftigt haben. Da kann es schon mal sein, dass man mal nachts aufwacht, dass einem was einfällt oder man abends mit einem Gedanken einschläft an eine Therapie, die man vielleicht irgendwie hätte anders machen können oder wollen oder so. Das befasst einen schon. Und heute auf der Fahrt hierher war ich auch wieder so ein bisschen am überlegen, Mensch, wie geht es denn los hier dem und dem Patienten oder wenn ich nächstes Mal wiederkomme, ist der junge Mann dann entlassen, der den schweren Unfall hatte oder ist der ältere Herr dann vielleicht verstorben, der halt so super schwer krank war, als ich gestern im Feierabend gegangen bin. Also das braucht schon so ein paar Tage, damit man das so richtig loslassen kann. Das geht nicht so, das kann ich noch nicht so abknipsen. Aber bei dieser Kulisse kann Benjamin vielleicht zumindest damit beginnen. Ich glaube, ich bin so ziemlich stark empfänglich. Also ich merke halt sofort, wenn irgendwie andere Personen nicht ganz so zufrieden sind. Und das fühle ich dann natürlich immer oder leider dann direkt auf mich zurück. Und dann, wenn man das so intensiv mitbekommt, ist man davon ja auch so eingenommener. Und deshalb hat es mich, glaube ich, jetzt persönlich relativ viel gestresst. Man sollte sich wahrscheinlich sagen, man ist Anfänger und alles ist gut und ich muss das nicht können. Aber ja, das konnte ich halt am Anfang nicht so gut. Von meinem ersten Arbeitstag erinnere ich mich eigentlich ganz gut. Ich glaube, sowas ist schon einprägsam. Und ich weiß auch noch gut, dass mein damaliger Chef zu mir einfach sagte, Herr Heidmann, gehen Sie, besorgen Sie sich ein paar Klamotten und gehen Sie in die Notaufnahme. Und dann war irgendwann der Moment gekommen, wo ich in diesen Kittel geschlupft bin. Auf einmal hat es irgendwo eine andere Bedeutung oder letztendlich auch eine andere Verantwortung. Sodass das am Anfang eher irgendwie so ein bisschen auch eine Last ist, dass man letztendlich auch die Verantwortung eines Arztes und die Verantwortung über seine eigenen Entscheidungen dann auch zu tragen hat. Meine Ziele in den nächsten Wochen sind tatsächlich zunehmend selbstständiger arbeiten zu können und vielleicht ein bisschen ruhiger zu schlafen. So eine Selbstverständlichkeit in den Alltag einzubringen, dass ich auch anfangen kann, wieder Freunde zu treffen, mal auch ganz in Ruhe einschlafen, ganz in Ruhe aufwachen. Abends ohne Hintergedanken, komm, wir gehen jetzt noch mal was essen. Das ist das Ziel für die nächsten Wochen, das zu realisieren. Sicherheit ist in der Medizin natürlich ein riesiger Begriff. Ich habe immer versucht, auch wenn ich mal unsicher war, das nicht den Patienten zu zeigen, weil das sich natürlich auf den Patienten auch überträgt. Gerade jetzt auf dem Notarztwagen oder auch im OP zum Beispiel als Anfänger, wenn man da mit zittrigen Händen irgendwie Medikament spritzen würde oder so, dann kriegt der Patient natürlich auch eins und denkt, oh Gott, was passiert jetzt mit mir? Weil die Patienten erwarten natürlich von einem Routinier behandelt zu werden, von einem super Facharzt, der alles kann, alles weiß und jeder Arzt fängt klein an. Nächstes Mal bei den Junior-Docs. Max sorgt für schnelle Besserung. Den müssen wir da ja einmal wieder reinziehen. Oh. Okay, okay. Wow. Sascha im Terminstress. Zum wiederholten Mal zu spät die Kinder abzuholen. Rieke im Kampf mit der Säge. Also die Säge sitzt dann schief, weil es so getunneln ist. Und Franziska bringt neues Leben zur Welt. Da ist der Junge. Kleiner Jeremy. Wenn ich mich euch mitétait. Wo ist das sobral? Wo ist das seit momitern? Oder halt. Aber so haben wir dann?